So, willkommen zurück zu Pixel Hero Might and Magic. Aber, boah, Alter. Das läuft ja hier wie geschmiert. Mit einem Mann stoße ich vor. Ah, ne, 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 Truhe. Komm, die lass mal stehen. Oder? Obwohl. Ja, komm, hau drauf. Ist doch völlig wurscht. Also, ich mein, ich kann ja mich danach heilen. Solange ich daran nicht sterbe, ist das eigentlich völlig wurscht. Eine Falle. Ja, uh, wie schlimm. Die Beute ist stark beschädigt. Ja, heilige Klingel der Übelkeit. Leuchtende Haube der Kühlung. Fokussierendes Götzenbild des Nerds. Langeweile mag ich jetzt Zombie-Bissist. Ja, gut, die XP waren schon wichtig. Dann heilen wir uns gleich nochmal. Hier ein kleines Tränkchen. Kleines Tränkchen. Magisch. Nix. Ist auch nix. Bringt uns überhaupt nix hier. Ist alles Schrott. Oh, der Rucksack ist voll. Können wir wieder was weghauen. Ja, gut. Was hole ich denn da weg? Das ist da hier. So. Raum betreten. Ui, ui, ui. Au, 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 au. Jetzt wird's... Jetzt wird's kloch. Ist da ein... Ist da ein Dünenhai? Alles klar. Ähm, zuerst einmal werde ich den da hier blitzdingsen. Dann stört er mich schon mal nicht mehr. Für ne Runde. Und da das so schön war, werde ich ihn jetzt auch noch vergiften. Dass der sehr, sehr schnell stirbt. So, noch einmal draufhauen, dann ist der, glaube ich, tot. Ne, noch nicht ganz. Ja, gut. Das ist ineffektiv. Sehr schön. Einfach draufschießen. Können wir jetzt gar nicht viel mehr machen. Aber das läuft ganz gut. Wichtig ist, den schnell zu töten, dass der mich hier nicht nebenbei noch hier runterpusht mit seinem Schild effektiv zerstören. Effektivität zerstören. So. Na also. Läuft doch. So, der Dünenhai. Oh, oh, oh. Ist auch ineffektiv. Sehr schön. So läuft es ganz gut. Und er brennt. Wunderbar. Wunderbar, Leute. Also ich sehe Hoffnung. Ich sehe wirklich Hoffnung. Und ich bin wirklich guter Dinge. Ich schwöre, ich hoffe so, dass wir das jetzt aushalten. Weil es wäre echt madig, nochmal zu sterben. Das ist ein ziemlich fieses Spiel. Also es haut einen mitten in die Fresse. Aber es macht halt verdammt fun. Also ich kann das noch endlos spielen. Was wir wollen ja auch irgendwann mal erfolgreich sein, oder? Ja, der heißt tot. Sehr schön. Der Tiefengänger-Krieger dürfte auch kein Problem mehr sein. Den machen wir jetzt noch so fertig. Da brauche ich mich nicht mal mehr heilen. Wenn mir jetzt wahrscheinlich einige sagen werden, das ist unklug. Aber nee, komm. Den schaffe ich. Aber das ist auch wirklich der Wasserweste zu verdanken. Hätte ich die jetzt nicht. Oh, fail. Fail. Habt ihr das gesehen? Hätte ich diese Wasserweste nicht, dann wäre ich schon längst tot. Da habe ich echt gut kombiniert. Alter Hanisch des Wurmes. So, also erstmal heilen hier. Kriegst du mal ein großes Tränkchen. Größeres Tränkchen. Vor allem, wie der sich erst nicht anziehen lassen wollte, der Anzug. Das war eine Frechheit. So, das geht raus. Das wird kaum was wert sein. Und ich habe auch schon ziemlich viel Geld. Da brauchen wir jetzt gar nicht mehr so viel Sorgen machen. So, raus damit. Und dann haben wir ihn wieder. Perfekt. Nächster Raum. Bitte ausstopfen. Bitte ausstopfen. Okay. Also erstmal hier ihn blitzdingsen. Sehr schön. Ja, ihn auch noch gleich vergiften, falls es klappt. Nee, aber er hat viel Leben verloren. Das ist sehr gut. Weil das ist der sogenannte Feuerschleim. Und den kann ich mit meiner Feuerwaffe nicht angreifen. Also der rote Gelee-Würfel. Schleim sage ich immer. Das ist ja eigentlich ein Würfel. Aber ihr wisst, was ich meine. Warum ich das tue. Warum ich das sage. Weil wenn ich jetzt hier mit der Armbrust beschieße, dann kriegt er kaum Schaden. Oder vielleicht sogar Leben. Der heilt sich jetzt zwar ein bisschen. Aber ich bin hier bald wieder so weit, dass ich dann gegenwirken kann. So, ineffektiv. Ja und. Da ist dem Tode nahe. Aber jetzt bin ich auch noch blind. Sehr schön. Schauen wir mal, ob wir trotzdem treffen. Fail. Nee, haut schon nicht mehr so gut hin. Ich hoffe, dass das mit der Heilung nicht das gleiche ist. Oh, der ist gestorben. Verbrannt. Lichterloh. Gibt großen Titn-Fisch. So. Ist das alles? Ja. Moment kann man noch angeben. Also jetzt hier. Sehr nice. So, erstmal den Starren hier. Dem Tode nahe. Sehr schön. Dann hauen wir auch noch gleich den Giftpfeil rauf, dass der tot ist. Das dürfte jetzt eigentlich reichen. Nee. Noch nicht ganz. Dann müssen wir uns jetzt ein bisschen heilen. Weil sonst wird es knappisch. Heilen wir uns halt mal ein paar Runden. Dann bin ich auch froh, dass ich dieses starke Buch habe. und dass ich ein bisschen Magie verstärkt habe. Weil sonst wären wir hier auch schon lange tot. Ah ja, ja. Jetzt tun mich zwei, drei Sachen quälen. Scheiße. Da hilft jetzt nur Massenheilung. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh nein, oh nein. Nee, weiter heilen. Lieber weiter heilen. Fail, nein. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht euer Ernst sein. Das kann nicht euer Ernst sein. Das kann nicht fehlen. Die Heilung kann doch nicht fehlen. Oh, Scheiße. 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 Oh, Scheiße. Ich muss einfach ausharren. Ich muss hoffen, dass meine Zustände weggehen. Und dass ich das überlebe. Oh Gott, Scheiße. Nein. Nein. Heilig. Heil dich, du Sau. Oh Gott. Oh Gott, nein. Nein. Oh Gott, Scheiße. Scheiße. Ich kann nur noch hochheilen. Aber das bringt einfach zu wenig. Oh, Scheiße. Scheiße. Oh, Kacke. Und wieder eine Blutung. Okay, ist nicht so schlimm. Jetzt, eiskaltes Risiko. Oh, ich muss, ich muss ja den irgendwie töten. Oh, cool. Der eine ist tot. Das könnte, das könnte. Oh, bitte, 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 bitte. Oh, bitte, bitte, bitte. Heilig. Heilig. Schnell. Heilig. Heilig. Herzig gehalten. Herzig gehalten. Herzig gehalten. Oh. Herzig gehalten. Ich glaube es nicht. Herzig gehalten. Herzig gehalten. Herzig gehalten. Herzig gehalten. Er fail. Es ist wurscht. Es ist wurscht. Das überleben wir. Oh, das müssen wir überleben. Der andere ist schon des Todes. Nahe. Noch mal heilen. Noch mal heilen. Noch mal heilen. Heilig nochmal. Nein, 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 nein. Okay, okay, okay. Okay, dann müssen wir hier. Volles Risiko. Volles Risiko. Volles Risiko. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Es bleibt spannend. Oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Heil, heilen, 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 heilen. Ich glaube, ich kriege ein Baby. Scheiße. Ich habe gedacht, dass das jetzt nochmal so schwierig wird. Ich dachte, wir sind schon voll im Safe-Bereich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, Blitzfeil, 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 absoluter Blitzfeil. Jetzt der Blitzfeil, der Blitzfeil, der Blitzfeil. Er ist betäubt, aber er ist nicht tot. Warum ist er nicht tot? Schieß drauf, schieß drauf, schieß drauf, schieß drauf. Schieß schon drauf. Schieß drauf. Oh Gott, war das knapp. Fucking Scheiße, Mann. Oh Gott, war das knapp. Scheiße, war das knapp. Feuer und Blutung hat mir echt große Probleme gemacht. Ach du Scheiße, Alter, war das knapp. Oh fuck, war das knapp. Knapper geht's gar nicht. Also, ihr habt schon viel erlebt, aber das war jetzt wirklich, uh, das wäre Nervenkitzel. Puh, da schwitzt hier, jede Silbe meines Körpers schwitzt. Jetzt tun wir das da mal weg. Das da weg, brauchen wir nicht. Und jetzt müssen wir mal gucken. Das da kann auch weg, brauchen wir nicht. Wir haben doch irgendwas gehabt gegen Blutung. Das da hier haben wir ja eh nicht. Aber das macht mir Abwehr. Ich überlege, ob ich mich noch vorsichtshalber gegen Blutung ausrüste. Weil nochmal so eine Situation überlebe ich nicht. Das kann ich Brief und Siegel drauf geben. Das war jetzt Pursglück. Okay, ich riste mich noch gegen Blutung aus. Abwehr, Feuer. Da noch eine andere Kette, die wo es, wo mehr bringt. Ne, ich sehe keine. Okay, Leute, alter Schwede. Wir sind beim Boss. Wir sind beim Boss. Oh Scheiße. Oh, Riesenkram. Warum seid ihr hergekommen? Ihr, du redest von mir. Alter Schwede, warum seid ihr hergekommen? Es ist reine Neugier oder sind ihr den Tod herbei? Der Unzeln wird euer Kadaver fortspülen. So wird alles. Okay, Leute, ab hier mache ich den Cut. Verdammt, nochmal. Das wird echt hart. Das war eine harte Folge. Könnt mich dafür haten. Oder mein Leibchen. Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Leiche. Bis dahin, ciao.